hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von games tv 24 daily und es geht los mit einem spiel auf das die welt wartet nämlich dark souls 3 und das hat jetzt zumindest einen stärker eingegrenzten release termin für europa bekommen im april soll es soweit sein im april nächsten jahres natürlich also nicht 2017 also nicht ach so ja nächstes jahr schon nächstes jahr nicht ab weil dieses jahres ist noch nicht geschienen und keiner hat mitbekommen das wäre sehr lustig kommt dem mit damit ein bisschen später als in japan da ist ja schon der konkrete release termin draußen da geht es ja am 24 märz los hoffen wir mal dass es dann eher so anfang april ist hier bei uns wer vorher schon reingucken möchte kann das allerdings auch tun es hat sich nämlich jetzt auch die frage beantwortet ob dieser netzwerk stresstest auch außerhalb von japan verfügbar ist ja ist er genau allerdings nur zumindest vorerst wenn man eine ps4 hat richtig der läuft nämlich ps4 exklusiv zu folgenden zeiten das können wir mal ganz kurz durchnehmen am freitag samstag und sonntag ab dem 16 oktober also 16 17 und 18 oktober von 20 uhr bis jeweils 23 uhr und wer da gerne mitmachen möchte bei diesen test der sollte sich vom 18 september 17 uhr bis sonntag vierten oktober um 17 uhr unter www dark souls 3.com für den test anmelden können wir weisen aber denke ich noch mal in den news dann kurz vorher darauf hin aber ihr solltet euch das schon mal trotzdem im hinterkopf behalten ja ist ja ist ja auch bald genau september ist nicht mehr lange hin richtig steht schon vor der tür quasi also wer sich da anmelden möchte und eine ps4 hat und dark souls 3 mal reinschauen möchte kann das dann tun bald spielen kann man auch die minecraft story mode da sind da denke ich mal sehr viele spieler neugierig drauf als zum ersten mal minecraft und eine kampagne gemixt und es ist das nächste spiel von telltale das wird jetzt auch einen release termin die erste episode ist ist ja auch wieder episoden basierte die da heißt die order of the stone erscheint am 13 oktober klingt so ein bisschen nach harry potter hat aber nichts damit zu tun erscheint allerdings nicht gleich für alle systeme am 13 oktober kommen zuerst die xbox 360 und die xbox one playstation 3 und 4 pc mac ios und android die versionen für playstation vita und wie you dafür soll es nämlich auch kommen verzögern sich allerdings noch ein bisschen genauer genau das datum haben wir aber da noch nicht aber naja und im oktober kann man nicht nur minecraftern spielen sondern man kann auch star wars battlefront spielen irgendwann noch in richtung anfang oktober vermutlich soll ja die beta zu star wars battlefront losgehen die hat immer noch keinen ganz konkreten starttermin aber ea hat schon mal zumindest noch mal jetzt offiziell vorgestellt was da alles drin ist und also zum ersten mal kommt die für alle aktuellen systeme also pc playstation 4 xbox one und es ist drin was ja teilweise auch schon vorher bekannt war die multiplayer modi kampfläufer angriff auf hoff oder hoht wie auch man das aussprechen möchte der neue modus abwurf zone auf soll ist der auch kürzlich erst vorgestellt wurde und auch diese koop missionen also gestrandet auf tatooine in dem fall das sind dann die geschichten die man abseits der multiplayer matches alleine mit ki oder auch mit einem anderen mitspieler spielen kann ist da auch drin kann auch online oder lokal kooperativ gespielt werden das alles in der beta mit der besten nachricht ganz unabhängig davon ob man vorbestellt hat oder was auch immer die beta soll offen für alle sein das ist super kann man dann also ausprobieren es gibt noch ein paar infos überhaupt zu star wars battlefront auch eine sehr schöne nachricht denn es bekommt offenbar so zumindest kann man das einem bericht des playstation magazins uk des offiziellen kann man das da rauslesen es bekommt speeder rennen und dann fahren die weg genau den sound machen die ja genau so ähnlich also das ist ein großartiger sound speeder rennen sollen teil des sogenannten trials modus sein der spieler mit den mechaniken des spiels vertraut macht und die rennen sind gegen ki mitfahrer möglich oder natürlich auch gegen menschliche mitspieler online und offline nur einen aber wohl kann das wohl maximal zu zweit spielen leider wäre natürlich noch cooler wenn das tatsächlich ein echter rennenmodus wäre aber wer weiß was im laufe der lebenszeit dieses spiels noch so passiert eine eine sehr sehr schöne sache im gleichen zug war ist da auch die rede von einem crashkurs für x-wings allerdings wissen wir da noch nicht mehr aber da kann man dann wahrscheinlich durch so ein parcours gleiten mit den dingern ja wenn es tatsächlich zur trainingseinführung gehört wird es ja sinn machen wenn man da genau und dann natürlich noch die beta infos die wir gerade schon besprochen haben ja star wars battlefront super auch nicht mehr so lange hin wenn die beta denn tatsächlich wie geplant im oktober losgeht und wir bleiben im oktober da wird nämlich auch ein spiel abgeschaltet leider von dem der ein oder andere vielleicht noch nicht mal gehört hat richtig so richtig groß rausgekommen ist es nämlich nicht es geht um dead island epidemic genau da handelt es sich ja um dieses moba im bed allen universum nicht um diese action shooter reihe und ja erst im dezember letzten jahres startete ja die open beta zum spiel und jetzt am 15 oktober ist auch schon ascha hast du das eigentlich mal gespielt wir haben das natürlich gespielt man fährt bei uns sicherlich auch noch ein angespielt video es war es hatte ein paar ganz nette ideen um ein bisschen anders zu machen es war ja deutlich kooperativer oder auch der pvp-modus hat sich ja anders gespielt als in anderen mobas also es hatte nicht so dieses typische auf lanes rumlaufen immer creeps und ja es hat ein paar nette ideen aber so nach drei matches hatte man auch das gefühl da eigentlich schon alles rausgezogen zu haben in der beta zumindest damals gut aber das feedback scheint insgesamt nicht so gut gewesen zu sein denn aufgrund dieses feedbacks haben sich halt die entwickler dazu entschlossen das ding nicht weiterzuentwickeln sicherlich auch nicht nur des feedbacks wegen sondern einfach auch der spielerzahlen wegen also da wird nicht so wahnsinnig viel gespielt worden sein bis zur abschaltung am wie gesagt 15 oktober soll es aber noch dicke vergünstigungen auf charaktere und buß geben also da kann jeder dann noch mal alles ausprobieren wer das jetzt mal interessant findet da vielleicht noch mal kurz reinschauen will mein gott für so ein paar stunden oder so warum nicht schaut es euch an einfach denn allen epidemic lange geht es nicht mehr ja es war durchaus ganz lustig wenn man mit wenn man eine gruppe von freunden hatte vielleicht noch mal reinschauen dann kommen wir noch zu ein paar kurzen meldungen die erste geht besonders schnell fifa 16 wer das spielen möchte und eine xbox one und ein ea access konto hat kann das da jetzt tun richtig gibt vielleicht auch noch ein video von uns heute oder morgen oder so mal gucken dann fallout 4 kommt auch in der deutschen fassung mit englischer tonspur eine gute nachricht für alle ov fans die bei den letzten bethesda spielen das eben nicht konnten ja bethesda hat immer das problem also für alle die eng auf englischen originalton wert legen das in den europäischen fassungen oder in den deutschen dann immer keine englische tonspur dabei ist bei fallout 4 ist das der fall also sehr schön und dann haben wir noch was zu the last of us 2 das gilt ja ohnehin so ein bisschen als das schlecht gehütetste geheimnis weil also erstes geht jeder davon aus dass naughty dog ein last of us 2 macht und zweitens nolan north hat sich ja auch schon mal versprochen und meinte ja ja wir arbeiten ja auch schon ein last of us 2 und so weiter und jetzt gab es noch mal einen versprecher naughty dog hat nämlich neulich mit drei entwicklern einen live stream zu dieser uncharted nathan drake collection gemacht und da war dann das hier zu hören uncharted was motion capture at least for the bodies we the facial animation by the way all the facial animation in the uncharted series was led up by eric here and the and all the facial animation in the uncharted games and the first the last of us did i say the first of the last of us the first of the last of us the last of us the first last of us the last of us was also keyframe animation ja also wer wer dem englischen vielleicht nicht ganz folgen konnte da war halt einer der drei herren der da sitzt ist halt ein autor ein schreiberling für naughty dog der josh scherr der halt drüber gesprochen hat wie sein nachbar da der eric baldwin nämlich auch schon für gesichts animationen für die uncharted reihe und für das erste the last of us warte mal habe ich gesagt das erste habe ich gesagt das erste last of us und dann hat er so ein bisschen komisch rumgedruckt ja ja hätte er gar nichts gesagt wäre es vielleicht niemandem aufgefallen aber so wissen es natürlich alle ja man darf natürlich jetzt das nicht als offizielle ankündigung missverstehen es gibt ja noch auch keine offizielle ankündigung aber und er könnte natürlich auch die die ps3 fast nur gemeint haben denn zu the last of us gab es ja dann eine überarbeitete aufgemöbelte version für die ps4 die später rauskam oder er meinte tatsächlich bei naughty dog ja auch den dlc left behind tatsächlich getrennt betrachtet von the last of us the last of us gegen left behind meinte ja also das ist jetzt kein dem ist es rausgerutscht und jetzt wissen wir es definitiv es ist halt ein ein weiterer versprecher genau einer reihe von versprechern schon und machen wir uns nichts vor natürlich kommt ein the last of us 2 ja also ich da kann es hier nicht offiziell ankündigen aber ich gehe ganz stark davon aus es kommt ein the last of us 2 man kann aber glaube ich auch davon ausgehen dass das noch eine weile dauern wird denn neil drugman zum beispiel wird er sicherlich wieder mitmachen wollen und sollen und der und sein team die machen gerade an chart in 4 fertig und insofern vielleicht läuft vielleicht läuft schon sowas wie eine vorproduktion für the last of us 2 aber man sollte jetzt sicherlich nicht davon ausgehen dass das nächstes jahr dann auch über dieses jahr können es dauert eine ganze weile da können sich bis dahin also noch ganz viele leute versprechen richtig weiterhin bis es dann mal offiziell angekündigt wird in diesem sinne wünschen wir euch einen wunderschönen tag noch und sagen bis morgen